So meine Freunde, nächste Woche Mittwoch kommt die neue Episode, Episode 6, mit einer neuen Map, die wir hier vielleicht schon gleich begutachten können, als auch Split, die in überarbeiteter Version, wird wiederkommen und Breeze und Bind werden den Map-Pool verlassen. Wir sehen uns auf jeden Fall jetzt hier gleich gemeinsam mal den Trailer zur neuen Episode an, vielleicht sogar noch mit dem ein oder anderen weiteren Update, aber nicht wundern, meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Wir werden jedoch trotzdem morgen Abend die neue Episode, beziehungsweise die neue Map live testen auf Twitch, also schaut gerne vorbei, um 18 Uhr werden wir mit anderen Streamern gemeinsam auf der neuen Map spielen, aber es werden natürlich auch in den kommenden Tagen ein paar Gameplays hier auf dem Kanal folgen. Jetzt schauen wir uns hier doch erstmal den Trailer zur neuen Episode an. Und wir befinden uns in Indien. Ah, sogar ein kleiner Cinematic. Mit Astra und Harbour. Und das da vorne wird probably schon die neue Map sein, I guess. Und in der Türkei wird noch Dick Party gemacht von der Fade. Ich meine, die Szene hatten wir ja auch schon als Teaser auf Twitter, wo Omen, der Agent, der quasi überhaupt keine Gefühle hat, aus der Leere kommt, mit voller Liebe an diesem Bambusbäumchen dran rumschnibbelt. Okay, wer ist das? War das Sage? Ist das Sage? Die sieht viel jünger aus. Das sind ja im Übrigen, also sieht man hoffentlich, Killjoy und Raze, die aber im Übrigen jetzt auch ein Paar sind. Unser erstes lesbisches Paar. Und ich finde beide auch sehr, sehr süß. Sie wirken einfach immer beide so happy und euphorisch. Und ich finde, sie passen sehr gut zusammen. Ich finde im Übrigen, diese Artstyle, ich weiß nicht, wie ihr von euch Arkane gesehen habt, aber holt es einfach nach. Es ist quasi die erste Netflix-Serie von Riot Games. Sind ja die Producer von Valorant, die alle das Ganze im League of Legends-Universum gemacht haben. Ich finde, diesen Artstyle könnte man eigentlich auch perfekt für eine Netflix-Serie bei Valorant verwenden. Würde ich mich riesig drüber freuen. wird wahrscheinlich auch noch kommen, aber noch Ewigkeiten dauern. Und das wird wahrscheinlich die neue Map sein. Aber ich darf noch nicht so viel verraten, weil ich weiß ja, wie sie aussieht. Ist das Sage? Die hat ihr Gewand nicht an, aber Haarstyle und alles andere passt relativ gut. Ja, I guess. Nice aim. Das ist einfach so geil, wie der mit seiner Nagelschere da an diesem Baum rumschüppelt. Es ist so gut gemacht, ey. Geil, ey. Guck mal, die sind so süß. Okay, wir lassen das jetzt. Ja, okay. Es ist Sage. Die hat sich irgendwie gerade hier an der Schulter geheilt, ne? Ey, Astra ist auch so ein geiler Agent, ne? Ich weiß, auch wenn wir bisher über die Lore von Valorant, über die Story dahinter echt nur sehr wenig wissen und das Ganze sehr oberflächlich ist, glaube ich, dass die Story von Valorant echt unfassbar spannend ist. Ich glaube, aber jetzt gehen die hier erstmal in die neue Map rein oder sowas. Also, I'm sorry I know there is nothing to keep in my life I'm finding out what all of this is for It's you and me Nice. Nice. Das Ding ist, warum gibt man sich schon wieder so viel Mühe für das Announcement von Anna Map? Also, was hat diese Storyline bei Fate wieder zu suchen? Das sind, also, es muss früher oder später einfach eine Netflix-Serie kommen, weil da so viele Grundlagen schon gemacht wurden, dass es sich einfach nur dafür anbietet. Okay, ja. Das wird die neue Map sein. Die haben wir ja auch gerade auf den Smartphones gesehen und ich finde den Style auch sehr, sehr, sehr geil. Aber ich glaube, mehr werden wir nicht mehr sehen, ha? Gott, ey. Ich will die neue Map endlich sehen. Also, ich habe sie ja schon so ein bisschen gesehen, aber ich will noch mehr sehen, weil... Ja, okay. Gut, also wieder sehr viel, also sehr geiler Trailer, sehr geiler Cinematic. Wieder nur fürs Announcement von Anna Map. Ich kann euch nur sagen, schaut gerne morgen auf YouTube, auf Twitch vorbei oder auch in den kommenden Tagen hier. Dort wird es natürlich auch nochmal ein schönes Gameplay geben. Ansonsten hoffe ich, dass ihr genauso hyped seid wie ich auf die neue Episode und wir alle sehr viel Spaß dabei haben werden. Also in diesem Sinne, bis die Tage, haut rein.